Herzlich Willkommen zurück zu Maren Rabbids. Wir müssen tot eskultieren. Und das machen wir doch mal glatt. Uiuiui. Mit nem Arsch voll Gegnern. Äh. 30 Schaden. 45 hin und locker mit der Waffe hin. Will ich doch meinen. So. Wir können auch den Hammer nehmen. Tschüss Mann. So. Ach Taut kann ich auch bewegen. Aber Taut kann nicht springen. Okay. Das wird ja jetzt tricky. Äh. Das wird tricky. Krieg ich hier mit der. Mit dem Schwachmacher. Einen. Wow. Äh. Schade. Ich hoffe ja immer insgeheim, dass... Oh, wir könnten da voll gut hin. Ich hoffe, der Grobian bewegt sich nicht groß. Wahrscheinlich tut er es aber. Ich schick den los. Konzentrieren die sich da drauf. Und Taut... Hat echt ein hartes Leben gerade. Ich kann überall getroffen werden. Das, was ich sage. So. Er macht eine Fähigkeit. Heldensicht. Uncool. Ah, fuck. Ja, Mario ist tot. Mario ist hart war tot. Ja, das war ein scheiß Anfang. Und der bewegt sich mega weit. Was ist mit ihm? Okay, ich muss das neu anfangen. Kann ich den Kampf neu starten? Danke. Er bewegt sich mega weit. Und ich muss Peach mitnehmen. Wegen Heilung. Alter. Ich kann Mario nämlich nicht austauschen. Äh. Machen wir es so. Und Mario kann sich Fähigkeiten kaufen. Also Eichhaden von 20 auf 40 erhöhen? Das ist ja mega. Oh, da können wir was kaufen. Der Röhrenradius. Peach kann sich nichts kaufen. Okay. Können auch eine Waffe kaufen. Aber die Kosten... Die guten Kosten auch schon 7,20 Euro mittlerweile jetzt. Das ist halt ein Problem. Mario braucht direkt Heilung. Ah, das wird super. Das wird super. Aber gib mir bitte nicht Erklärung nochmal jetzt. Doch, okay. Ja, gut. Brauchst mir nicht erklären. Ähm. Wir gehen nicht darüber. Wir haben ja gerade gelernt, was dann passiert. Aber der muss weg. Hetzend. So, alle boosten. Er hat auch noch getroffen. Wie gut ist das denn? So, Peach kann direkt mal Heilung raushauen. Ähm. Da kommt er hin. Da kommt er hin? Wo fährt er denn lang? Ach, durch die ganzen Röhren außenrum. Ach, du großer Gott. Egal, er ist in der Ablenkung. Ähm. Ich glaube, ich glaube, Luigi. Ich glaube, Luigi doch. Warte mal. Ach, Luigi kann das nicht. Doch, Luigi kann das. Pass auf. Wir gehen hier hin. Schießen den dann in den Rücken. Einen brauche ich da drüben, nämlich. Ich hätte gern für Tau trotzdem eine Anzeige, ob die mich sehen oder nicht. So sehen die mich nämlich. Ich stelle mich jetzt hier hin. Ja, ist klar. So. Oh, alle mit Heldensicht, ey. Geht halt alle auf Tau, ist klar. Jetzt hast du keinen Gegner mehr. Ach, kann ich sie? Ja, gut, wenn da einer reintappst, ist ja egal. Ähm. Bam. Ach, Heldensicht. Ich hab's vergessen. Und er auch. Ja, gut. Luigi ist der, der tot ist wahrscheinlich. Wie geht das? Macht mir das auch, der Mensch? Ja, macht es. Holy shit. Oh my god, Luigi. Das ist eine harte, arme Sau. Muss man dir mal lassen. Hart, arme Sau bist du. So, Mario time. Bitte, wenn du triffst, den. Triffst du natürlich nicht. Boah, wir könnten hier hin. Dann kommt der Grobian, aber. Er kommt jetzt allgemein hier hin. Kill den. Ma. Die Gegner hätten wir da getroffen. Zweimal bei 50%. Wir nicht. So, Toad, was mache ich mit dir? Ich stelle dich jetzt erstmal hier hin. Du bist auch voll am Arsch. Es tut mir so leid. Oh, der war gut, der Schuss. Aber es hat nicht gereicht. Ja, voll angesleitert. Jetzt kriegst du noch einen Schuss ab. Alter, wie weit kann der rennen? Habt ihr gesehen? Der läuft ja über 50.000 Meter. Oh, nice. Oh mein Gott. Was ist da passiert? Ähm. Wir machen 40 Slide-Damage mittlerweile. Das heißt, wir werden ihn sowas von ansliden. Und den Grobian sowas von entfernen. So. Ansliden. Schau mal hier rein. So, Toad muss jetzt ganz schnell da hin. So, los. Toad, schnell. Wo ist der aktive Gegner, der rauskommt? Da. Okay. Okay. Toad, lauf. Es ist nur ein Heiler. Heimer Luigi. Jetzt wollen die alle da. Das wäre voll nice. Peach müsste mal zurück zu Toad, um ihn zu heilen. Ach nee, da ist nur ein Gegner. Ach, das ist der Heiler. Oh, sie hat den Heiler eh noch nicht. Ähm. Den krieg ich nicht auf 100. Oh. Holy shit. Wie viele wollen die davon kommen. Okay. Okay, Mare darf sich schon mal nicht verlegen. Alter, was ist da los? Ja, wie stark die einfach sind. Voll das Problem, man. Wird jetzt abgeschossen, oder? Heil den mal. Schick den mal da hin. So. Ist ein bisschen unser Schutz. Wie weit die auch schießen können. Alter Falter. Ich will ja kein Feuerschall, damit die nicht rumrennen. Oh, nice. Einer noch weg. So, könnte Toad jetzt einfach hier reinrennen. Danke. Hammer perfekt. Nein. Zwei zu viel. Ich hab Toad zu lange rumdürpen lassen. Aber der hatte nie Schutz. Ich fand das voll schwer, weil Toad halt nicht irgendwie springen kann. Wir kriegen aber ordentlich Geld jetzt mittlerweile. Das lohnt sich. Apropos Geld. So. Lauf ich grad zurück. Nein. Ach so, jetzt muss ich hier lang. Und jetzt den Knopf. Muss ich jetzt den ganzen Weg zurücklaufen? Really? Really? You want me to do this? Okay. Oh. Oha. Warte mal. Ja, hier war das Kistchen. Gibt's hier eine Bowser Junior Cutscene? Ausgangspunkt. Ja. Das kann man wohl so sagen. Hier haben wir angefangen. Alter, was ist das für ein großes Schlachtfeld? Eskortiere Toad. Oh nein. Alter, wie viele Gegner? Da müssen wir hin. Da kommen noch viel mehr Gegner. Da waren schon vier. Vier sind schon da. Und zwei davon sind Hopser. Das ist echt immer das Ekelste. Ne, Gehilfen sind das sogar. Aber die sind noch schlimmer als Hopser. Ei, ei, ei. Mama Mia. Und ich erreiche den nicht. Erreiche den, wenn ich den auf Luigi springe? Nein. Ich komme rüber. Das ist schon mal geil. Kann man da runter? Da kann man auch runter. Aber Toad kommt halt nicht dahin. Das ist das Problem. Da reiche ich nicht. Schade. Wurst ab. Dann schaffen wir den auch, oder? Drei. Das ist immer so lächerlich, wenn das passiert. Kann man auf Toad springen? Nein. Oh nein, 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 nein. Ach, scheiße. Ich habe mich doof hingestellt. Warte mal. Macht mir keinen Damage, aber unsere Deckung leidet. Das ist immer so lächerlich. So. Brauchen wir noch nicht. Wie kommt Luigi am besten voran? Luigi kann den da abschießen. So, dann hat Mario da schon mal safe. Und du machst den Heldenblick an. So. Und du? Stell dich mal hier an. Ein bisschen abseits von denen. Ich habe Pete Schilden lassen, weil der eine Granate wirft jetzt. Oh, nice. Ich finde, das sollte die One hitten. Ich finde das nicht nett, dass das die nicht One hittet. 40 davon. So. Helden sich dann. Warten einen Moment, weil wir jetzt einfach Toad vorschicken. So. Da kriegen wir. Und stopp. So. Warte mal. Ah, ich hätte... Ich kann für Peach ein bisschen mehr rausholen. So. Peach kann auch nicht springen, ne? Nee. So. Oh, mit Stoß. Perfekt. Schon fast so schön, um wahr zu sein. Da würde ich gerne hinhämmern, ey. Verdammt. Komm, Honig. Äh. Äh. Ja, heil dich nur. Hat dir nichts geholfen. Lauf weg, Feigling. Oh, da kommt neuer... Neues Häschen. Oh, Toad. Wo müssen wir hin? Muss da durch die Röhre. Alter, ist das ein weiter Weg. Muss da durch die Röhre, da. Da in die Röhre. Okay. Ein ganz schön weiter Weg, Toad. Ich hoffe, das ist dir klar. Ist da... Nein. Da kann man nicht runter. Kriegen wir den aber? Alter. Das ist immer noch nicht down. Das ein HP. Peach regelt hier unten schon mal. Guten Tag. Ich bin der Neue. Also, die Neue. So. Einmal hier die Münzen sammeln. Bevor irgendwelche Gegner es tun. So. Soweit wir da unten sind, werden Gegner spawnen. Ja. Sag ich ja. Ist der... Kommt der uns entgegen? Oh ja. Oh. 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 Uncool. Wofür diese... Achso. Ja, gut. Da kann Toad durch, aber nicht... Wir müssen da nicht unbedingt durch. Äh. Stell uns mal hier hin. Oh. Ich wünschte, ich könnte da schon so ein Ding hinstellen. So, Toad. Du hängst echt nach, ey. So, einmal den an. Ist ein Ziggy. Okay, Peach muss dich auf jeden Fall heilen. Ha, ha, ha. Du wolltest doch eh wegrennen. Oh nein, hast du hellen Sicht. Okay, hat er. Ach ja, klar. Was denn noch alles? Oh, ich komm nicht dran. Das ist immer so ätzend. Toad. Toadie, Boadie. Und dann gehst du da hinten in die nächste Röhre. Sollte ich für Toad machen, ne? Ich verschwende das immer für Peach und so. Voll dumm. Voll stumpf. Fahr da mal zu dem hin. Hup. Nein, lohnt nicht. Kriegst du das hin? Nein, kriegst du nicht. Okay. Ein Hoppser. Natürlich. Hier sind auch immer die ganz netten Artgenossen hin. Könnt ihr mal aufhören, auf Toad zu schießen? Holy shit, man. Noch einer, klar. Warum noch nicht? So, der ist jetzt auf Peach getriggert. Das ist nicht so gut. Peach muss einmal zurück. So, auf Peach schießt einer. Kommt der da hin? Ja, ne? Dann schießt Peach ihnen das Schild weg hier. So, Peach geht dann einmal Richtung Monsieur Toad. Weil der braucht Heilung. So. Wie kriegen wir das jetzt hin? 60% Sprungchance. Komm. Sehr gut. Das hat ihn getötet. Sehr gut. Ist das gesund für Toad? Eigentlich nicht. Da ist der Grobian und der Dude. Warte mal. Kann Luigi auch noch schießen? Nein, kann er nicht. Dann macht es, glaube ich, mehr Sinn. Das hier zu machen. Das zu machen. Das zu machen. Den zu machen. So. Toad. Ich glaube, es ist gesünder für dich, wenn du normal läufst und nicht durch die Röhre gehst. Noch ein Grobian. Klar, warum nicht? Der wird jetzt auf Mario getriggert. Er hat noch 3 AP. Okay, kein Ding. Hätte Toad doch durch die Röhre gehen können. Okay, machen wir erstmal Luigi. Luigi. Äh, kannst du dein Fahrzeug losschicken? Ja, kannst du. Sehr gut. Zack. Das kannst du auch machen. Äh, peachy, peachy. Hat Toad halt einen Zug mehr gebraucht. Es könnte aber der Zug sein, der mir zum Perfekt fehlt. Das ist das Ärgerliche. Kriegen wir nicht hin? Kriegen wir nicht hin? Okay. Warte, hab ich ja alle fertig? Mario kann sich nicht bewegen. Wichtig. So. Abbie mal schon mal Damage. Schießt Luigi jetzt? Ja, nice. Und er läuft in die Bombe. Doch nicht. Okay, er läuft doch nicht so weit. Warte, kriegst du jetzt? Jetzt kriegst du auch deine Maschine raus. Das wird interessant. Jetzt geht er auf Peach los. Jetzt geht er nämlich an Mario vorbei. Ah, nee. Er dreht sich dann um. Okay, schade. Lol. Oh, noch einen kritischen. Ich würde ungern in diesem Radius stehen bleiben. Bitte bewegt dich nicht. Das war jetzt uncool. Oh ja, wir haben es geschafft. Okay. Kann Toad einfach laufen, bitte? Stopp mal. Kann Luigi? Kann Luigi? Ja, kann er. Bevor wir uns wieder verschwenden. Auf Toad wirkt das gar nicht, ne? Kann das sein? Die ganzen Effekte? Voll dumm. Wo läuft er denn lang? Ich finde diese Toad-Mission mega anstrengend. Noch ein Grobian. Okay. Solange es so Grobiane sind. Ach ja, komm. Spawn direkt noch rein. Why not? Toadlauf. Oh, der kommt auch noch von da oben. Voll ekelhaft. Good duck. Ich hab Post für sie. Mach mal den noch. Falls er doch näher kommt. 60 Prozent. Yes. Oh. Nicht im Abseits. Schade. So. Gehen wir einmal da rüber. Und ich wäre schon ziemlich nice, die Chance. Passiert natürlich nicht. Hi. Aua. Danke. Es waren nur noch Grobiane. Oh nein. Wieso kann der hier hin? Geh weg. Er hat sich geboostet. Oh mein Gott. 150 Damage. Was ist dein Ernst? Was ist dein Ernst? Dein Ernst, Mann? Dein Ernst, Mann? Aber Peach kannst du heilen. Kann sie. Wait. Oh, sie kriegt genau Luigi noch rein. So, jetzt wird's eklig. Jetzt wird's ein bisschen eklig. Den kriegen wir noch. So. Gut, das war so nicht geplant, Mann. Jetzt kriegt Mario auf den Sack. Aber hart. Neuner B. Er hat noch 125. Es geht nicht gut, was ich hier mache. Das ist ein Todeskommando. Oh mein Gott. Jetzt ist der bei Tod. Oh, er schafft's nicht. Oh mein Gott. Es hat genau geklappt. Hilfe. Hilfe. Was war das, bitte? Ein Zug noch. Und dann haben wir's geschafft. Ein Zug noch. Peach, komm schnell ja weg. Einfach. Einfach nix machen. Einfach ihn kommen lassen. So, können wir Todes bitte reinlaufen? Ein Feld fehlt. Pass auf. Nein, okay. Perfekt. Und es war nicht perfekt. Auf keinen Fall. Doch. Oh mein Gott. Alle haben überlebt. Das war so knapp. Ja, das gibt wieder gut Moneys. 900. Boah, das war anstrengend. Müssen wir noch eine machen davon. Dann kaufe ich aber erstmal neue Waffen. Achso, das kennen wir schon. Stimmt, hier sind wir ja schon mal hergelaufen. So, was passiert hier noch? Mitte 5. Ja, dann gehen wir nochmal rein. Die Toreknacker. Was macht er denn jetzt? Was macht er denn jetzt? Er hat neue Rabbids erschaffen. WTF? Blizzy and Sandy. Heißkalte Fieslinge. Besiege den Miniboss. Okay, das war beim nächsten Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal von Mario und Rabbids. Ich wusste nicht, dass wir jetzt direkt in den Kampf übergehen. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020